Das ist hier unsere Villa Oravella, wo wir eine Woche sind. Wirklich toll gelegen und auch wirklich ein schönes kleines Hotel mit wirklich toller Dienstleistung. Also unser winzig kleines Hotel auf der rechten Seite hier. Das geht bei der großen Kiste da links von nahe zu unter. Aber es ist trotzdem schön gelegen, alles wunderbar. So, das ist die Festung, die wir jetzt gleich besuchen werden. Direkt außerhalb der Stadtmauern von Schabrofnik. So, wir sind jetzt bei dem langsamen Aufstich zur Festung. Ja. 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 Das ist die Ligungszeit. Ja. Das ist die Biberseckerner. Die Kiste ist aufger�. Die Gruppe, die da herläuft, ist die Kreuzfahrer, die Buchstaben H. Die Rappen, die da herläuft, die da herläuft, ist die Eure. Das war's für heute. Das hier ist eine alte Apotheke in der Franziskaner Monast, wahrscheinlich so 16. bis 17. Jahrhundert. Ich muss mich korrigieren, Heidi hat ihren Reiseführer kontaktiert und der sagt 1317. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir gucken uns jetzt etwas an, was nicht auf Heidis Plan für heute steht. So, mein lieber Schatz, was isst denn du da? Muscheln. Muscheln. Das sind dann auch Knoblauchweinsuche. Perfekt. Knoblauch? Bist du wahnsinnig. Kannst du ja im Mittagst nicht telefonieren. You cance. Ich bin... ich bin... Du kannst du gern... Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.